Egal ob ein Firmeninterner oder ein externer Buchhalter Ihre Finanzbuchhaltung erledigt, mit DocuWear klappt die Zusammenarbeit so unkompliziert und effizient wie nie. Mit DocuWear wird es überflüssig, alle Rechnungen monatlich oder vierteljährlich für die Buchhaltung zusammenzupacken. Die Unterlagen landen von nun ab digital und automatisch im Buchhaltungsbüro. Ihr Buchhalter erhält ein eigenes Zugriffsrecht auf DocuWear und sieht genau die Dokumente, die für ihn relevant sind. Angezeigt wird ihm eine Aufgabenliste, in der alle Rechnungen erscheinen, sobald sie in DocuWear mit dem Bezahltstempel abgestempelt worden sind. Dem Buchhalter selbst steht in DocuWear ein Gebuchtstempel zur Verfügung. Wenn er die Rechnungen gebucht hat, stempelt er sie ab. Diese Aufgabe ist erledigt und sie verschwindet aus der Aufgabenliste des Buchhalters. Das Praktische ist, dass auch Sie selbst Ihre Rechnungen während der Verbuchung jederzeit im Zugriff haben. Dank der digitalen Bearbeitung ist jeder Dokumentenstatus immer ganz genau nachvollziehbar.